Hier in Crateria gab es natürlich auch noch die ein oder anderen Stellen, die wir da mit Bomben aufmachen können. Ich versuche die noch zu finden und dann zum Schiff zurück. Oh, ähm, ähm, so, die hatte ich glaube ich mit normalen Schüssen gar nicht klein gekriegt. Was haben wir denn hier? Speichern. Kann man gar nicht oft genug machen. Das sieht aus wie ein Speed. Ach. Oh, was ist das da? Äh, ja, Speed. Gut. Das kriegen wir also noch nicht. So, weiß ich auch. Aha, war ich schon. Äh. Warum zeigt er mir so viel vom Boden an? Das ist Absicht. Das war verdächtig hier. Verdächtig. Wieso? Hm, merkwürdig. Wisst ihr, was ich meine? Der lenkt den Blick sofort auf diesen komischen Kasten. Na gut, mach ich jetzt mal weiter. Äh, wie komm ich da hoch? So. Na. 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 Komm schon. Oh. Komm doch nicht hoch. Hallo. Ah. Ah. Guten Tag. Geht's hier lang? Ach, hier war ich schon. Aber es ging hier irgendwo in den Boden rein. Ich weiß nur nicht mehr wo. Da hinten. Da kann ich höchstens nochmal nach unten fallen. Das, äh, ja, das kann ich nochmal machen. Hier ging's ja noch runter. Wah. Och. Dammit. Toll. Ups. Das sieht doch alles so nach Gänge aus, da an der Wand. Ups. Der ist mir schön weggeflogen. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach du. Was ist das denn? Hm. Okay. Das muss ich einfach mal so machen. Oh. Aha. Flugt da einfach mal so ein Stein. Na, von mir aus soll es recht sein. Äh. Aha. Nee, das mach ich nicht. Ich hasse den Wandsprung. Sag mir mal, ob ich da lang muss oder ob ich da später auch anders lang komme. Ich versuche ja erstmal einen Ausweg zu finden. Oh, ein Speicher. Den nehmen wir erstmal mit. Ähm. Ja, ich hatte irgendwo noch eine andere Stelle gefunden. Die kann ich nachher nochmal zeigen. Wo man auch diesen vermale Deiten Wandsprung unendlich oft benutzen muss. Aber ich werde erstmal versuchen, den zu umgehen. Vielleicht kommen wir da später noch irgendwo anders hin. Wo kommen wir denn hier hin? Was zum... Wuss. Normalen Schüssen nicht möglich. Kann ich hier was aufmachen? Nö. Das ist Maridia. Die Karte habe ich natürlich noch nicht. Doch, da unten war ich auch schon ein Stückchen. Ha. Okay. Hm. Aber hier bin ich noch gänzlich falsch, glaube ich. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Zack. Zack, zack. Ähm. Also. Jetzt leuchten die Ohren. Ähm. Ne, das ist das Auge, ne? Das soll das Auge sein. Okay. Und da unten kam ich auch nicht. Merkwürdig. Was ist das für ein Ort? Die Melodie kenne ich. Das ist dieselbe Molle, die wo im Originaltitel die fünf steinernen Statuen standen. Na gut, eigentlich war es eine, die so ein bisschen zusammengepappt war. Die aber ganz offensichtlich die fünf Wächter darstellen sollte. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, spiel das Originalspiel. Wir sind ja hier in Redesign. Dann ist hier wieder warm in meiner Wohnung. Wah. Äh. Was ist denn so? Okay. Nach oben? Nee. Nicht nach oben. Den Wandsprung, den werch ich so mal gar nicht. Oh. Okay. Ich dachte, die brauchen mehr als nur einen. Zack, zack, zack. Toll. Ich denke, die kriege ich so kaputt. Äh, ich geb's auf. Na komm, gib mir ein paar Drops. Ein paar Leckerchen. So, bin ich auch hier fast voll. Wups. Glück gehabt. Schütt. Hm. Okay. Dann haben wir es auch bald geschafft. Sind dann bald wieder in der Oberfläche. Wups. Wups. Jo. Was ist das hier? Ach, da war die Karte drin. Ich erinnere mich. Da brauche ich nicht mehr rein. Gab's ihn eigentlich noch irgendwo? Schosu. Ja, natürlich. Da gab's dann noch irgendwo hinter der Wand so ein Schosu. Das war auch so ein komischer Name. Ach. Jetzt hab ich hier unten die Ecke vergessen. Ah. Da bräuchte ich jetzt gleich den Spacer. Heißt der so? Oder Plasma? Naja, Plasma würde sowieso gehen. Aber ich glaube mit dem Spacer komme ich auch hinter die Wo geht's denn hier lang? Keine Ahnung. Gucken. Ging das hier jetzt noch irgendwo runter? Tatsache. Hatte ich das jetzt schon? Ja. Gut, da war ich schon mal. Geh nochmal wieder rein. So. Da hab ich Glück gehabt. Was ist das hier? Okay. Ähm. Ah ja. Hier ist mich die andere Stelle, die ich meinte. Kannste knicken. Das mach ich jetzt nicht. Das letzte Mal hier schon so schön aufgeregt. Da komm ich nie hoch. Pass auf, ich speichere einmal. Ich mach's einmal vor. Zeige, wie es nicht geht. Da muss ich nämlich so hoch und dann da rüber unten. Keine Ahnung. Da oben ging's noch zum anderen Bereich. Ne. Mach ich andermal. Vielleicht auch mit diesem komischen Zwirbel, den sollen wir auch noch kriegen. Ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt. Ich hab den immer Zwirbel genannt. Wo sich immer dreht und dreht und dreht. Aber das kann ich... Guck mal, das ist doch so ein Chozo. Chozo. Vielleicht ist das ja einer der Wächter. Mal sehen. Hat er 13 oder 12 gesagt? Ähm. Äh. Wasser. Wasser. Ich hab Wasser gehört. Sektor 1, Grateria. Gesichert. Beschützer entwaffnet. Wieso hab ich einen Platsch gehört? Hä? Hm. Merkwürdig. Gab es hier ein Grateria Wasser? Ja. Okay. Gut. Vielleicht drüben noch was? Hm. Nö. Ja. Dann geh ich jetzt zum Schiff. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Äh. Oder soll ich doch mal gucken? Komm, ich geh nochmal gucken. Ich weiß das mich selber nicht mehr. Das ist ja fix gemacht. Einmal schnell mal rüber luschern. So. Ähm. Nicht. Nicht. Okay. Da können wir ja fix nochmal gucken. Hups. Ah ja. Da ist eine graue Tür. Was ist das? Da ging es zu dem... Hier ging es aber sonst nicht weiter, oder? Nö. Okay. Wo ging es da rüber? Keine Ahnung. Achso, das ist der obere Bereich. Wo wir vorhin schon waren, aber dann unten rumgegangen sind. Äh. Was ist das hier drüben? Nichts. Okay. Na gut, dann geh ich jetzt erstmal wieder zurück zum Schiff. Dann wird gespeichert, ein Päuschen gemacht und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir in eine neue Hecke weitergehen. Ähm. Denn in dem Bereich da hinten hat man auch noch einige Bomben, glaube ich, gesehen. Oder einige Stellen, wo wir mit unserem alten Werkzeug noch nicht hinkamen. Wo ich denn auf jeden Fall Super Missiles brauche und Super Bomben. Denn beides hatte ich damals noch nicht. Da kann ja noch was werden. Obwohl, das eine interessiert mich gerade. Ich glaube, ein Stückchen muss ich noch weitergehen. Moment mal. Nämlich, direkt neben dem Schiff, da war doch so ein langer Schacht. Da gucke ich gleich nochmal. Erstmal hier speichern. Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck. Hm. Ja, ich will speichern. So. Jetzt gehe ich dann mal kurz in den nächsten Raum. Dann mache ich eben dem nächsten Raum eine Pause. Speichern. Hehehe. So. Habe ich heute noch nicht oft genug gesagt. Ich dachte, hier ging das irgendwo nach unten. Die Bomben hatten wir doch damals auch schon. Ja, da war so ein Gang. Ah, hier ging es runter. Aber den hatten wir ja. Na gut. Das ist eigentlich das, was ich wissen wollte. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal einfach hier weiter. Ja, machen wir hier eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Tschüss. Tschüss.